Willkommen zur Vorlesung über Morphologie und Lexikologie. Wir haben uns über die Struktur des Wortschatzes Gedanken gemacht, unter anderem darüber, dass wir Flexionsmuster diskutiert haben, zum Beispiel verschiedene Arten wie Substantive flektieren. Wir haben uns dann über die Struktur des verbalen Wortschatzes Gedanken gemacht, zum Beispiel mit der Frage, welche Valenzmuster gibt es denn? Heute schauen wir uns einen etwas anderen Aspekt zum Abschluss dieser Vorlesung an, nämlich Kernwortschatz und in Abgrenzung dazu den Fremdwortschatz. Der Überblick, wie jetzt zum letzten Mal in dieser Vorlesung, Fremdwort und oder Erbwort. Worum geht es dabei eigentlich? Sie wissen, dass wir Entlehnungen aus anderen Sprachen haben, also Wörter, die wir uns sozusagen geborgt haben. Fremdheit kommt aber nicht notwendigerweise durch Entlehnung zustande. Wir werden uns also genau anschauen, was denn der Kernwortschatz ist. Und das basiert, was ich Ihnen hier erzähle, teilweise auf meinem Buch, also gerade was da zum Kern steht und zur Typen- und Tokenhäufigkeit. Das meiste können Sie allerdings im Detail bei Eisenberg 2018, dem Fremdwort im Deutschen, nachlesen. Das Wichtige für mich hier ist, dass Sie etwas über den Kernwortschatz lernen, also gar nicht so sehr über den Fremdwortschatz. Da werden wir auch ein bisschen drauf eingehen. Aber eigentlich das Allerwichtigste ist, dass Sie verstehen, was den Kern definiert. Kommen wir also zum Fremdwort. Was kommt uns eigentlich fremd vor, bezüglich des Wortschatzes? Die Frage ist, sind diese Wörter in irgendeiner Form fremd? Das sind ja fachsprachliche Termini, Hypolyseinsuffizienz, Tyroxintherapie, Osteoporose-Minimierung. Die Beispiele überwiegend aus Eisenberg 2018. Und im Vergleich dazu Herzrhythmusstörung, Plasma-Eiweißbindung, Schilddrüsen-Unterfunktion. Wir sehen hier Kompositar. Sie erinnern sich, wir haben über Kompositar gesprochen. Wir sehen aber drei Arten von Kompositar. Nämlich solche, die Glieder enthalten, die nicht fremd sind. Solche, die nur fremde Glieder enthalten. Und solche, die eine Mischung enthalten. Eine Entlehnung. Und Sie sehen, dass in 2 und 3 hier Entlehnungen vorkommen. Liegen immer dann vor, wenn ein Wort im überblickbaren historischen Rahmen nicht schon immer im Wortschatz war, sondern zu einem mehr oder weniger gut benennbaren Zeitpunkt aus irgendeiner Gebersprache übernommen wurde. Aber die Frage ist, spielt das wirklich eine Rolle für unseren Eindruck von Fremdheit? Kommen uns diese Wörter hier fremd vor, weil sie aus dem Griechischen und Lateinischen entlehnt sind? Oder hat das nicht eigentlich irgendwie systematische Gründe? Und das fällt hier eben zusammen. Entlehnung und der Eindruck von Fremdheit. Lehn- und Fremdwörter finden wir nun in verschiedensten Wortklassen. Welche Wortklassen sind mehr oder weniger betroffen von Fremd- und Lehnwort? Eine wichtige Frage gerade bei der Entlehnung ist, ob die Klasse überhaupt aufnahmefähig für neue Wörter ist und ob sie mächtig genug ist, dass wir überhaupt entscheiden können, ob ein Wort innerhalb dieser Klasse prototypisch ist oder eine Abweichung darstellt. Wenn Sie also eine Wortklasse haben, zu der nur 30 Wörter gehören, wie zum Beispiel Präpositionen, da ist es relativ schwierig, einen Prototyp und Abweichungen davon festzustellen. Das ist dann einfach eine kleine und vielleicht ein bisschen heterogene Gruppe. Und für diese kleinen Gruppen, aber potenziell auch für größere Gruppen, müssen wir zuerst entscheiden, ob es tatsächlich starke, formale Prototypen gibt. Generell zeigt sich, dass die Substantive, die am stärksten betroffene Gruppe sind, gefolgt von den Adjektiven, von den Verben, dann von den Adverben und dann sind wir beim Rest. Na gut, da sind dann kleinere Wortklassen drin und für die gilt vor allem, dass sie oft gar nicht mächtig genug sind, um einen Prototyp auszubilden. Vorab möchte ich den Begriff des Simplex einführen, also der Simplicia. Das einfache Wort, was ist das, hat keine erkennbaren Ableitungen, im Sinne der Wortbildung, also Haus zu häuslich, da wäre nur Haus das Simplex. Keine Komposition, Tür zu Tür, Schloss, nur Tür wäre ein Simplex. Bei Verben können wir noch fragen, ob es ein Präfix hat, also nur laufen, nicht verlaufen, wäre ein Simplex. Und wir betrachten hier erstmal nur Simplicia. Bei der Terminologie bitte ich folgendes zu beachten, Simplex ist der Singular dieses Wortes, Simplicia, ob Sie das nun mit C oder mit Z schreiben, ist der Plural. Der manchmal in der germanistischen Literatur gefundene Terminus Simplicium ist eine falsche Rückbildung von Leuten, die kein Latein können. Kommen wir zum Kernwortschatz. Und zwar erstmal zu den Substantiven, ich habe ja gesagt, die betrifft das vor allem, dass wir Fremdworteinfluss und Lehnworteinfluss haben. Das heißt, wir müssen jetzt für die auch erstmal klären, was ist denn der Kern. Hier sehen Sie Wörter im Kern des Substantivwortschatzes. Baum, Mensch, Strich, Hand, Frist, Buch, Kind. Und eine nächste Gruppe, die Maskuliner jetzt nur. Hase, Falke, Anker, Krater, Hobel, Igel, Graben, Faden. Femininer, Farbe, Hose, Elster, Kelter, Amsel, Sichel. Neutrale, Substantive, Auge, Erbe, Leder, Wasser, Kabel, Rudel, Becken, Wappen. Alle diese Wörter, einerseits diese Gruppe hier und dann diese hier, die ich nochmal aufgeschlüsselt habe nach den drei Generat, sollen im Kern sein. Im Singular sind sie nämlich einsilbig oder es sind zweisilbige Wörter, die Trocheen bilden. Und die zweite Silbe enthält dann immer ein Schwa. Das ist dieser Laut, den wir mit einem E verschriften. Sehen Sie das? Hier überall in der zweiten Silbe ein Schwa. Und die erste Silbe ist betont, die zweite nicht. So sehen die allermeisten deutschen Substantive aus. Sie definieren den Kern. Im Plural sind diese Wörter dann, wenn sie nicht vorher schon zweisilbig waren, immer zweisilbig. Und das liegt daran, wie sie gebildet werden. Wir haben ja über die Substantivflexion gesprochen. Wie sieht nun der Kernwortschatz der Adjektive aus? Das geht hier so weiter wie bei den Substantiven. Welche Eigenschaften haben die? Und wie sähe das in anderen Formen aus? Nun, dass sie auch einsilbig oder zweisilbig sind. Und wenn sie zweisilbig sind, dass sie dann Trocheen bilden mit einem Schwa in der zweiten Silbe. Das ist, glaube ich, sofort klar geworden. In anderen Flexionsformen können wir jetzt überlegen, ob das wie bei den Substantiven ist, dass sie da zum Beispiel immer zweisilbig sind. Denken Sie da mal darüber nach und vergessen Sie nicht die Komparation. Was haben wir bei den Verben? Wir schauen uns hier immer den Infinitiv an. Und das hat Gründe. Wir könnten uns ja auch nur den Stamm ansehen. Baden, Denken, Leben, Schieben, Stehen, Tragen, Wohnen. Die erste Gruppe. Die zweite Gruppe. Rudern, Hadern, Zetern, Bügeln, Jubeln, Segeln. Die dritte Gruppe. Atmen, Ordnen, Öffnen, Regnen, Zeichnen. Hier sehen wir verschiedene Muster. Der Stamm ist im Prinzip immer einsilbig. Sie sehen nur hier bei diesem Typus, der nach einem sogenannten Obstruenten ein Nasal hat. Atmen, Ordnen, Öffnen. Atmen haben wir das Problem, dass wenn wir da jetzt nur den Stamm hinschreiben, wir sowas bekommen wie Atem, Orten, Öffen, Regen, Zeichen. Und da ist dann das Material des Stammes zwar in sich einsilbig, aber es könnte keine Silbe sein. Wir brauchen also immer bei solchen Stämmen wie Atem, Orten, Öffen, Regen, Zeichen eine Erweiterung, sodass das Wort zweisilbig wird. In Elf sehen wir Stämme, die immer zweisilbig sind, weil sie Schwa, also orthografisch E, plus einen sogenannten Liquid, R oder L enthalten. Ruder, Hader, Zeter, Bügel, Jubel, Segel. Und in Zehn sehen wir ganz klassische, eindeutig einsilbige Stämme. Bad, Denk, Leb, Schieb, Steh, Trag, Wohn. Diese drei Typen führen nun zu Flexionsbesonderheiten, Nicht-Auffälligkeiten. Aber denken Sie mal zum Beispiel an den Imperativ. Bei der Gruppe in zwölf können Sie den nicht bilden ohne Schwa. Genauso die erste Person Singular Präsens Indikativ. Ich atme. Atme nicht so laut. Ordne deine Bücher. Ich ordne meine Bücher. Da können Sie das Schwa nicht weglassen. Ich ordne meine Bücher. Ich atme zu laut oder so etwas. Aber bei der ersten und der zweiten Gruppe, vor allem bei der zweiten, ist es problemlos möglich, hier das Schwa in den Endungen wegzulassen. Denk nur. Ich denke mir da so meinen Teil. Da sehen Sie, da gibt es Unterschiede. Ganz problemlos ist das bei Ruder schneller. Ich hader noch. Zeter nicht immer so. Ich bügel jetzt. Sie sehen, ohne dass wir das jetzt im Detail auflösen, gibt es hier verschiedene Präferenzen, wie diese Formen aussehen. Und das liegt daran, wie die Stämme gebildet sind. Welche Eigenschaften haben die also? Wir haben gesehen, es gibt einsilbige Stämme, zweisilbige. Naja, und welche, die einsilbig sind, aber immer um ein Silbenkernelement, also ein Vokal, erweitert werden müssen, weil sie sonst nicht funktionieren. Und wir haben auch schon besprochen, wie das in anderen Formen dann aussieht. Aber schauen Sie sich ruhig diese Verben und Ihre Formenbildung nochmal in Ruhe an. Was wir da jetzt gerade uns angeschaut haben, war der Kernwortschatz in mehreren Wortklassen. Lehnwörter sind nicht notwendigerweise fremd und umgekehrt. Schauen Sie sich zum Beispiel diese englischen Lehnwörter an. Akte, Boss, Film, Grillen, Lift, Rocker, Sponsern, Starten, Streiken, Stress, Tippen, Toner, Tunnel. Die entsprechen, alle, dem Prototyp der jeweiligen Wortklasse, wie eben dargestellt. Und sehen Sie, sie sind entweder einsilbig oder sie enthalten in der zweiten Silbe ein Schwa und sind trocheisch. Dass die aus dem Englischen sind, das wissen wir vielleicht. Und bei einigen können wir es, je nachdem wie Sie die aussprechen, hören. Wenn Sie Toner sagen statt Toner, dann hört man es vielleicht. Und wenn Sie Stress sagen statt Stress, vielleicht auch. Aber an sich sind die Wörter voll integriert. Genauso wie folgende französische Lehnwörter. Bluse, Dame, Lärm, Möbel, Mode, Nett, Nobel, Onkel, Plüsch, Puder, Robe, Soße, Suppe, Tante, Tasse, Torte, Weste. Merken Sie an der Art, wie ich das vorgelesen habe? Alle zweisilbig und trocheisch oder einsilbig. Italienisch Bank, Barke, Bratsche, Fuge, Kasse, Kurs, Kuppel, Lanze, Liste, Mole, Null, Oper, Paste, Posten, Putte, Reis, Rest. Sie hören schon am Klang, das passt. Arzt, Ball, Engel, Fieber, Leier, Ketzer, Kirche, Lesbe, Meter, Pfarrer, Pflaster, Sarg, Taufen, Teufel, Tisch, Zone. Griechische Lehnwörter voll integriert. Bei vielen davon waren Sie vielleicht sogar überrascht, dass es griechische Lehnwörter sind. Nehmen wir mal die Leier, den Ketzer, die Kirche. Vielleicht wussten Sie es auch, aber bei einigen dieser Wörter in vor allem dieser Liste für Italienisch und Griechisch waren Sie vielleicht erstaunt. Das setzt sich fort mit dem Lateinischen. Und auch da, sind wir mal ehrlich, wussten Sie, dass Eimer und Esel lateinische Lehnwörter sind. Eimer, Esel, Fenster, Kerker, Krass, Kreuz, Küche, Mauer, Meile, Mühle, Schule, Straße, Wanne, Wein, Ziegel. Sie merken, wie das schon vom Klang her eindeutig funktioniert. Das geht so weiter mit den hebräischen bzw. jüdischen Lehnwörtern. Bammel, Dufte, Jubel, Kaff, Kotzen, Koscher, Nepp, Petzen, Ramsch, Zoff. Und das alles sind nur Beispiele für sehr gut integrierte Lehnwörter. Diesen Wörtern sehen wir nicht an, dass sie fremd sind. Vor allem, wenn wir es nicht wissen, denken Sie an Eimer und Esel und Fenster. Und zwar, weil sie dem Prototyp ihrer jeweiligen Wortklasse entsprechen. Und zwar dem phonologischen, phonotaktischen, morphologischen Prototyp. Fremdwörter, ob nun entlehnt oder nicht, sind alle Wörter, die nicht im Kern des Systems sind. Sie weichen von den prototypischen, phonologischen, morphologischen oder sogar graphematischen Mustern ab. Und das sind die, denen die meisten Wörter folgen. Und deswegen sind Fremdwörter oft intuitiv als fremd erkennbar. Es gibt fremde Erbwörter und nicht fremde Lehnwörter. Die nicht fremden Lehnwörter haben wir gerade schon gesehen, das sind reichlich. Und wir müssen also aufpassen, dass wir diese Begriffe gut trennen. Der Kern, das wird oft missverstanden, ist nun nicht so ein monolithischer Block. Und alles andere ist eindeutig in der Peripherie. Es gibt da Abstufungen, wie exotisch oder nicht exotisch ein Wort nun ist. Schauen wir also mal genauer hin. Es geht um Wörter wie Ramsch. Die folgenden Wörter sind nämlich nicht so ganz im Kern, obwohl sie der eben beschriebenen Generalisierung entsprechen. Warum? Bratsche, Bronze, Arzt, Fenster, Ramsch. Was ist mit diesen Wörtern los? Warum sind die nicht so im Kern wie Tisch, Stuhl, Mathe und so weiter? Nun, schauen Sie sich die Laute an, die hier in bestimmten Kombinationen vorkommen. Bratsche, da kommt Sch vor, das haben wir sehr selten im Deutschen. Es gibt Wörter, Matsch und so, natürlich, Tschechisch, aber die sind selten. Bronze oder Bronze, je nachdem, was Sie sagen. Arzt, also Erzt. Und das R wird halt zum Vokal. Arzt, Fenster, Nst und Ramsch mit Msch. Das sind alles Kombinationen von Konsonanten, die eher selten sind. Die Wörter sind also einsilbig oder Trocheen mit Schwein der Zweitsilbe und sie bilden einen zweisilbigen Plural, aber trotzdem sind sie insofern etwas auffällig, als in ihnen seltene Konsonanten-Cluster, wie man auch sagt, Konsonanten-Verbindungen vorkommen. Das merkt man oft daran, dass es Wörter gibt, auf die es nur ein oder zwei Reimwörter gibt oder gar keins, Mensch, ein sehr häufiges Wort übrigens, aber es gibt kein Wort, das sich auf Mensch reimt. Daran sehen Sie schon, dass es lautlich nicht so ganz im Kern ist. Ein anderes Beispiel sind dem Kern sehr nahe Fremd- oder Lehnwörter, in diesem Fall sind es alles Lehnwörter, die aber eine Besonderheit haben. Quasseln, Bagger und so weiter. Die folgenden Wörter sind nämlich nach der einfachen Definition, wieder im Kernwortschatz, aber trotzdem ungewöhnlich. Ebbe, Krabbe, Kribbeln, Robbe, Sabbern, Schrubben, Buddel, Kladde, Paddeln, Pudding, Widder, Bagger, Dogge, Egge, Flagge, Roggen. Und schließlich Quasseln, vielleicht sagen Sie Quasseln, auf jeden Fall sagen Sie wahrscheinlich Prasseln. Auf jeden Fall sehen wir bei diesen Wörtern hier eindeutig und bei diesen hier fraglicherweise stimmhafte Obstuenten am Silbengelenk. Wir schreiben die auch entsprechend mit Doppelkonsonant, aber eben mit Zeichen für stimmhafte Segmente. Kribbeln, Robbe, Sabbern, Kladde, Dogge und so weiter. Das sollte es eigentlich im Deutschen nicht geben, da das Silbengelenk einen Silbenendrand und seinen Silbenanfangsrand einschließt und im Silbenendrand greift die sogenannte Auslautverhärtung und macht Obstuenten stimmlos. Das passiert hier nicht. Das scheint aber auch nicht so sehr zu stören. Also im Silbengelenk scheint diese Regel nicht so streng zu gelten, die Auslautverhärtung, wie sie sonst gilt. Sonst gilt sie ziemlich ausnahmslos. Diese Wörter sind alle entlehnt. Wir nehmen sie nicht wirklich als fremd wahr und erst recht nicht als entlehnt. Also wussten Sie, dass Bagger aus dem Niederländischen entlehnt ist. Sie sind aber eben doch selten. Das sind hier wahrscheinlich die meisten Wörter mit stimmhaftem Silbengelenk, die wir haben. Das ist eben ein Zeichen dafür, dass Kern und Nichtkern graduell sind und dass es Nichtkernphänomene gibt, die uns nicht so sehr auffallen, die nicht salient sind, wie man sagen würde. Es ist eine interessante Frage, welche salient sind und welche nicht. Stimmhafte Obstruenten im Silbengelenk sollte es eigentlich nicht geben, wie ich immer sage, wobei sich da komischerweise niemand dran hält. Das behandle ich in der Graphematik-Vorlesung, die demnächst online geht. Und da können wir dann auch nochmal diskutieren, warum Quasseln bzw. Quasseln, die mit dem S-Laut, besonders schwierig sind. Das hat dann auch mit dem SZ zu tun. Wir sehen also, es gibt Abstufungen zwischen Kern und Peripherie und wir schauen uns noch ein Beispiel an, weil ich das einfach ein sehr faszinierendes Thema finde. Diese Wörter hier sind nun schon deutlicher fremd als der innerste Kern, den wir uns vorhin angesehen haben. Arbeit, Bischof, Echo, Efeu, Gulasch, Heimat, Oma, Pfirsich. Uh, was ist mit denen los? Sie sind zweisilbig, sie sind trocheisch, so weit, so gut, aber sie enthalten in der Zweitsilbe Vollvokale oder Diphtonge. Arbeit, Bischof, Echo, Efeu und so weiter. Das sind nicht nur Schwa-Laute in der zweiten Silbe. Und das ist schon wieder etwas seltener. Forelle, Holunder, Hornisse, Kaliber, Kamille, Marone, Maschine. Da merken Sie schon an der Art, wie ich das vorlese, da ist nicht die erste Silbe betont. Die sind dreisilbig und die mittlere Silbe ist betont. Die entsprechen schon deutlich weniger dem Prototyp. Ameise, Abenteuer, Akelei, Kehricht, Kleinod, Kobold, Nachtigall. Was ist mit denen los? Die sind jetzt phonologisch irgendwie vielfältig. Da sind zweisilbige Wörter, dreisilbige dabei. Das scheint hier um was anderes zu gehen. Das sind Simplicia, die ein bisschen so aussehen, als wären sie Komposita oder vielleicht abgeleitet im Fall von Akelei. Kehricht und so weiter. Das sind keine Komposita, die sehen nur so aus. Azur, Bovist, Delfin, Granit, Kanal, Hermelin, Tumor, Taifun, Topaz. Das sind alles Wörter mit Endsilbenbetonung. Ob sie nun zwei oder drei oder mehr silbig sind, Endsilbenbetonung. Garantiert keine Trocheen. Wir haben hier also Vokale in Nebensilben, mehr als zwei Silben, Pseudokomposita, Endsilbenbetonung. Alles Dinge, die diese Wörter fremd machen. Wenn Sie sich jetzt fragen, welche von diesen Wörtern sind denn entlehnt, dann wissen Sie das vielleicht gar nicht. Das können Sie ja mal versuchen zu recherchieren für einige dieser Wörter. Sie werden sehen, da sind Wörter dabei, die sind entlehnt, aber bei manchen denken sie vielleicht, sie sind entlehnt. Sie sind es aber nicht. Und das zeigt, dass es beide Richtungen gibt. Es gibt gut im Kern integrierte Lehnwörter und es gibt fremde Erbwörter. Damit kommen wir zu der Frage, ob Fremd- oder Lehnwörter nun kein Deutsch seien oder vielleicht sogar schlechtes Deutsch. Das wäre ja besonders fatal. Und dazu erzähle ich eine Anekdote, sehr knapp, aus meinem Japanologie-Studium 1998 in Bochum, wo eine Kommilitonin angebrüllt wurde von einer dozierenden Person in Japanologie. Diphthong ist ein griechisches Wort. Sie müssen es nach dem Präfix die trennen. Die Person hatte nach dem PH getrennt. Diphthong. Wo man sagen würde, so würde ich es trennen, wenn es ein deutsches Wort ist. Es geht aber um die Aussage, Diphthong ist ein griechisches Wort. Das ist Unsinn. Auch wenn die Trennung nach die bildungssprachlich zu empfehlen ist. Sie zeigen damit eine gewisse humanistische Bildung. Sie können vortäuschen, griechisch zu können. Oder halt die Rechtschreibregeln besonders gut zu kennen. Aber die Frage ist doch, sprechen wir japanisch, wenn wir Sushi bestellen? Italienisch, wenn wir Cappuccino bestellen oder trinken? Französisch, wenn wir ein Soufflé bestellen oder essen? Englisch, wenn es um einen Burger geht? Natürlich nicht. Die Wörter werden ins Deutsche entlehnt und sind dann deutsch. Dann sind sie entweder im Kern oder sie sind nicht im Kern. Sushi ist nicht wirklich sehr eng im Kern. Es ist zwar zweisilbig, wir sprechen es trocheisch aus, aber es hat einen Vollvokal in der zweiten Silbe. Der Döner zum Beispiel ist voll integriert. Das spielt überhaupt keine Rolle für die Frage, ob das deutsch oder gutes Deutsch oder Kern oder nicht Kern ist. Vor allem sind die Wörter in dem Moment, wo wir sie benutzen, nicht mehr griechisch, japanisch und so weiter, sondern deutsch. Sonst würden wir sie ja nicht in einem deutschen Satz verwenden. Sie können in einem deutschen Satz natürlich ein englisches Zitat haben, direkte Rede. Dann verwendet man aber normalerweise direkte Rede mit Anführungszeichen zum Beispiel. Zum Abschluss würde ich jetzt noch gerne etwas reinschauen, was man fremde Wortbildung nennen kann. Schauen wir also in Lehnwortbildung und Stämme dieser Bildungen hinein. Denn besonders bei Lehnwortbildungen ist der Stamm oft nicht selbst wortfähig. Provider ist zum Beispiel ein deutsches Wort, providen aber nicht. Wir haben also das derivierte Wort entlehnt, das zugrunde liegende Verb aber nicht. Das meint man damit, dass der Stamm einer solchen Lehnwortbildung nicht stammfähig ist. Es sieht natürlich aus wie ein ganz normales deutsches Substantiv auf ER. Aber da zumindest die meisten Sprecher wahrscheinlich providen nicht benutzen, sagen wir, der Stamm selber ist nicht wortfähig. Ganz ähnlich ist das bei Clearing. Die Clearingstelle vielleicht kennen Sie die. Und Clearing, das sagen wir auch nicht. Inwiefern solche Wortbildungen dann eben als, naja, Wortbildungen wahrgenommen werden, das ist nur schwer und auch nur im Einzelfall zu entscheiden. Oft hängt es davon ab, ob es zum Beispiel um ein Wort geht, mit dem man sehr vertraut ist. In der entsprechenden Szene spricht man vielleicht von providen, aber Sie und ich tun das vielleicht nicht. Und Sie wissen auch, dass manchmal Bildungen stattfinden, die darauf hindeuten, dass wir tatsächlich nicht die Wortbildung der Gebersprache nachvollziehen. Wenn Sie sich zum Beispiel den Booster überlegen, dann sprechen wir beim Verb von Boostern und oft nicht von Boosten. Im Englischen spricht aber niemand von To Booster. Wenn wir uns nun also einige anglizistische Wortbildungen anschauen auf ER, dann vergleichen wir sie mit den Kernwörtern Denker, Fälscher, Leser, Schläger, Turner und sehen Bieter, Camper, Carrier, Catcher, Dealer, Globetrotter oder Globetrotter, Hacker oder Hacker, Hitchhiker, Jazzer oder Jatzer, Jobber oder Jobber und so weiter. Sie sehen, man muss sich jedes Mal entscheiden, wie fremd man sie denn vorlesen möchte. Und das ist auch eigentlich der Schlüssel zur Frage, ob diese Bildungen fremd sind im Sinn des Nicht-Kerns. Nun, sie sind es in dem Maße, in dem wir hier Laute verwenden oder Lautkombinationen, die wir ansonsten im Deutschen nicht haben. Wenn sie also Dealer sagen, ist das völlig integriert. Wenn sie Hacker sagen, auch. Wenn sie aber Jazzer sagen oder Jobber, dann haben wir hier Fälle von Lehnlauten, also von Segmenten, die entlehnt wurden mit dem Wort. Und dann sind sie natürlich mehr oder weniger fremd, diese Wörter. Ja, etwas Ähnliches können wir uns jetzt anschauen bei anglizistischen Wortbildungen auf ing. Boarding, Clearing, Coaching, Dumping, Jogging, Mailing, Recycling und so weiter. Bodybuilding, Canyoning, Dribbling, Forechecking, Nordic Walking, Slacklining. Und Sie sehen, ich lese die immer tendenziell eher englisch vor, weil sie hier in so einer konzentrierten Form aufgelistet sind. Die erste und die zweite Gruppe sind nicht ganz identisch. Das können Sie sich ja wirklich mal selber überlegen. Und Sie können auch überlegen, welche Stämme davon sind denn wortfähig. Das haben wir eben schon diskutiert bei Clearing. Clearing als Verb gibt es nicht so wirklich. Sie können ja mal schauen, wie sich das bei diesen Wörtern so verhält. Bei den wortfähigen Stämmen ist natürlich dann immer noch die Frage, ob wir den Stamm entlehnt haben und selber die Bildung vorgenommen haben oder ob die Bildung so mit ing aus dem Englischen übernommen wurde. Da gibt es tatsächlich auch beide Fälle. Und das gleiche können wir fortsetzen mit galizistischen, also aus dem Französischen entnommenen, Wortbildungsmustern. Da gibt es die Gruppe auf esk, arabesk, balladesk, burlesk, clownesk und so weiter. Und Adjektive auf ös, bravoureus, desaströs und so weiter, bituminös. Wunderschöne Wörter, die sind auf jeden Fall alle ziemlich fremd, weil sie Entsilbenbetonung haben. Chaplinesk, bravoureus, das machen im Kern situierte deutsche Adjektive nicht. Und eine zweite Folie mit galizistischen Wortbildungsmustern, die auf Arsch, Blamage, Carambolage, Massage, Montage und so weiter. Und sie merken, sobald da so viele nebeneinander stehen, gerate ich in die Phonetik und Phonologie der Fremdsprache. Substantive auf öher wie Akteur, Bankrateur, Charmeur und so weiter bilden eine andere Gruppe. Die Frage ist hier immer, wie fremd sind die? Nun, die haben wieder wie viele französische Lehnwörter Entsilbenbetonung und sind mehrsilbig. Das heißt, die sind ziemlich fremd und wir können die sogar gut als französisch identifizieren. Und die andere Frage ist immer die, inwiefern uns eigentlich diese Bildungsmuster transparent sind. Produktiv werden wir sie kaum verwenden. Bei ESC hatte ich vielleicht den Eindruck schon am ehesten. Das ist eine Frage, die man nur mit einem größeren experimentellen Aufwand klären kann und die nicht in diese Vorlesung gehört. Jetzt sind wir am Ende angekommen und wir stehen vor der Klausur, wenn Sie denn eine Klausur schreiben zu dieser Vorlesung. Und Sie sehen, wir haben zehn Themen besprochen, die alle um die Morphologie und die Gliederung des Wortschatzes kreisen. Ich hoffe, ich habe Ihnen zeigen können, dass viele von diesen Phänomenen eben beides betreffen. Vor allem, dass die Morphologie unseren Wortschatz strukturiert. Und damit wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Klausur, wenn Sie eine schreiben. Ansonsten schauen Sie doch auch in meine anderen Vorlesungen rein. Die Syntax, die Grafematik und wer weiß, was noch so kommt. In diesem Sinne, vielen Dank.